Herr Dr. Wedler, Sie sind Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und als Chefarzt in diesem Bereich in diversen Spitälern tätig. Was hat Sie dazu bewegt, eine eigene Kosmetiklinie zu kreieren? Es sind dreierlei Gründe. Zum einen ist es für mich die Hautpflege einer Lebensform, also die gute Ernährung, genügend Schlaf und sportliche Aktivitäten. Dann haben mich meine Patienten gefragt, Herr Dr. Wedler, was würden Sie für die Pflege der Haut verwenden? Und dann natürlich das Wissen über die Anatomie der Haut und mein Fachwissen im Bereich des Tissue Engineering, das heisst der Zellkultur. Was ist die spezielle Wirkung dieses Calming-Bahn für Frauen und Männer? Die Philosophie unserer Produkte ist, es soll reparieren, revitalisieren und pflegen. Wie schaffen wir das? Vor allem mit dem höchstmöglichen Gehalt an Hyaluronsäure. Was bewirkt Hyaluronsäure genau? Hyaluronsäure ist der stärkste Wasserbildner im menschlichen Organismus. Wenn ich Ihnen das Beispiel nennen darf, der Augapfel wird mit 2% Hyaluronsäure, 98% des Wassers, gebunden. Außerdem enthält es Koffein, wichtig für die Durchblutung, Zink, sehr wichtig für das Immungleichgewicht in der Haut, Vitamin C und E für die Radikale und wichtig für die Basalmembran, Menthol, wo wir den Geruch mitgenommen haben, weil Frauen diese nicht mögen, aber die Wirkung, den kühlen Effekt als Antagonist zum Koffein mit der stärkeren Durchblutung. Und damit erreichen wir eigentlich eine Rundumpflege, die wir dann noch ergänzen mit den Zähnen, das sehr wichtig ist für die Mitochronien, das sind die Kraftwerke der Zelle. Dann gibt es noch diesen Eye-Roller, ebenfalls für Frauen und Männer. Jawohl, wir haben dieses neben den Pflegeprodukten noch entwickelt für als Fresh-Up. Er soll für zwischendurch genutzt werden vor einem Vortrag, vor einem Meeting und beinhaltet vor allem Koffein, wieder einen hohen Gehalt an Hyaluronsäure und Taurin. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich ihn gerne mal bei Ihnen ausprobieren. Sehr gerne. Der Roller ist sehr handlich, er hat eine Metallkugel, die einerseits massiert, man kann ihn aber auch im Kühlschrank lagern, was einen zusätzlichen Kühlen-Effekt hervorhebt. Man trägt ihn auf die Unterlider und auf die Oberlider auf, zusätzlich auch gerne auf die Ober- und Unterlider. Ja, das ist wirklich sehr erfrischend. Das kann ich Ihnen nur weitere empfehlen. Sollten Sie noch weitere Fragen zu meiner Person oder zu unseren Produkten haben, können Sie es jederzeit auf unserer Homepage nachlesen. Ich beantworte auch Fragen zur plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie. Dafür verwenden Sie bitte meine persönliche E-Mail. Zum Bestellen der Produkte klicken Sie einfach auf den Shop.